Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem, ja, schon lange nicht mehr da gewesenem Format, einem Podcast mit externem Gast auf meinem Kanal und ich habe heute die Ehre, den lieben Fabi zu Gast zu haben und wir werden heute uns sehr im Thema Training verrennen wahrscheinlich. Ich sehe es schon kommen. So, erstmal danke, dass das so spontan geklappt hat und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, damit die Leute das überhaupt mal einmal zuordnen können. Du kannst gleich nochmal ein paar Worte dazu sagen, wer du eigentlich bist, aber wie diese Konstellation zustande gekommen ist. Und zwar haben wir beide denselben Klienten, der liebe Dominik Wollwart, ihr kennt ihn alle, seines Zeichens IFBB Profi, ist jetzt quasi in der zweiten Saison bei mir gerade in Vorbereitung und hat sich zusätzlich zu meiner Hilfe als Coach sich noch einen Trainer mit an die Seite geholt und das bist du und zwar für das Thema Trainingsplanung. Erzähl mal kurz ein paar Worte zu dir. Wie ist das zustande gekommen? Woher kennt man dich? Ja, also erstmal danke Max für die Einladung heute. Ich freue mich auf jeden Fall über deine schöne Runde Deep Talk hier zum Training. Ja, zu mir, also was gibt es Wichtiges zu sagen im Prinzip? Ich bin selbst Amateurathlet, Bodybuilder seit 15 Jahren Bodybuilding und ich sage es mal, ich habe angefangen, mich in den letzten Jahren sehr, sehr stark aufs Training zu spezialisieren. Habe angefangen zu hinterfragen, warum? Also wie mache ich was? Warum mache ich was? Das ist dann irgendwann recht oberflächlich gewesen und dann fragt man tiefer und tiefer und tiefer nach. Verliert sich sicherlich auch manchmal so ein bisschen in so Detailthemen, aber irgendwann merkt man so, okay, alles klar, eigentlich ist es nicht so, wie es immer nach außen getan wird. So, ja, Supplements, da haben wir so viel Research, aber Training, das wissen wir nicht und ein Bodybuilder funktioniert ja eh anders, wenn er 20 Kilo mehr Muskeln hat als ein Durchschnittsmensch. Und habe so angefangen, sage ich mal, mit mir und auch mit meinen Klienten das Ganze so in der Praxis mal einfach auszuprobieren. Zu gucken, was passiert denn, wenn es auf dem Papier irgendwo funktionieren sollte. Funktioniert es in der Realität und habe damit eigentlich in den letzten Jahren, je mehr ich diese Basis wirklich implementiert habe, auch umso bessere Ergebnisse gesehen. Das werden wir uns aber in vielen Themen jetzt nochmal anhören, was diese Unterschiede sein können, würde ich sagen. Mit dem Dominik, also wir kommen beide aus Hannover. Wir kennen uns so aus dem Gym wahrscheinlich schon über zehn Jahre und hatte mit Dominik mal, ich glaube, ein paar Monate vor unserer Zusammenarbeit gesamtheitig im Coaching zusammengearbeitet. Dann ist Dominik ja zu dir rüber und hat da auch im Prinzip ja eben alles mit dir zusammen gemacht, was, denke ich, auch, was der Weg jetzt gezeigt hat, die absolut richtige Entscheidung für ihn war. Also ist ja alles wirklich hervorragend gelaufen. Und ich sage mal, wir sind immer in Kontakt geblieben, haben uns ab und zu mal ausgetauscht. Und dann hatte Dominik ja auch, glaube ich, so ein gutes Stück so sein eigenes Programming selbst gemacht so in letzter Zeit und war ein bisschen gegen die Wand gelaufen, hat dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihm zu helfen. Dann habe ich halt auch gesagt, so du, ich bin da komplett offen. Wenn der Max da auch mit cool ist, dass wir uns da quasi die Zuständigkeiten so ein bisschen aufteilen, dann sehr gerne. Und ich sage mal, so sind wir eingestiegen, haben jetzt mal die ersten Wochen rum. Natürlich viel Veränderung, über die wir auch noch eingehen können. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so, dass wir die Themen heute allgemein halten. Ich glaube, wer da jetzt spezifisch sich für Dominiks Fall interessiert, kann auf seinem Kanal vorbeischauen, an dem was das letzte Detail auseinander. Aber ich glaube, für uns ist ja heute immer so das Thema dann, warum ist es überhaupt sinnvoll, warum sollte man eigentlich drüber nachdenken, zu welchem Grad macht es vielleicht auch Sinn, darüber nachzudenken oder auch nicht. Du bist mir tatsächlich das erste Mal vor, ja, ich glaube inzwischen ist es schon über ein Jahr her, bei Gannikus ins Auge gekommen. Und da habe ich dir tatsächlich am Anfang nicht so wahnsinnig viel Beachtung geschenkt. Ich habe ein bisschen in deinem Content reingeschaut und dachte so, okay, das ist auch einer, der die aktuelle Hit-Thematik mitverfolgt. Und verfolgt ist auch einfach das meiner Meinung nach das Logischste. Ich bin immer schon ein großer Freund davon, nur Dinge zu machen, die ich auch nachvollziehen kann. Und ich meine, das Hit-Training hat in den letzten zwei, drei Jahren wieder so einen Aufschwung bekommen, ist aber für mich schon immer das gewesen, was irgendwo am meisten Sinn gemacht hat. Und dann habe ich, muss ich sagen, du hast nur solide Dinge von dir gegeben, aber es waren am Anfang gar nicht so viele Sachen, die so krass meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert, als du angefangen hast, mit Dominik zusammenzuarbeiten, weil ich konnte es mir natürlich nicht lassen, auch mal über deine Pläne zu schauen. Und das Erste, was mir da ins Auge gestoßen ist, oder ins Auge gefallen ist, ist, dass du tatsächlich, obwohl du ein Verfechter von moderat niedrigem Trainingsvolumen bist, mit Reps in Reserve arbeitest. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen meine grauen Gehirnzellen angestrengt. Was sich da so hinter verbirgen könnte, ich denke, ich bin auf den richtigen Schluss gekommen, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen weiter so deinen aktuellen Content zu sehen. Und da sind mir so ein, zwei Dinge ins Auge gefallen, die mir vorher tatsächlich nicht bewusst waren, wo ich mir tatsächlich so in der Tiefe noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Ich muss dazu sagen, ich selber bin, auch wenn man mich vielleicht sogar dafür eher kennt, ich bin gar nicht so der Theory-Guy. Ich bin immer sehr praxisbezogen. Alles, was ich mache, das muss für mich Sinn ergeben. Aber ich muss viele Dinge auch einfach nur bis zu dem Grad verstehen, wo es für mich in der Praxis halt eine Relevanz hat. Und ich glaube, du bist bei vielen Dingen tatsächlich, was die Research angeht, deutlich tiefer in der Materie. Und deswegen wird das hier heute mal interessant, um da ein paar mehr Einblicke zu finden. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem ersten Thema an, nämlich das Thema Raps in Reserve. Für alle Leute, die das nicht wissen, Raps in Reserve ist quasi eine Skala, die den Grad der Erschöpfung bis zum Muskelversagen beschreibt. Also ein Raps in Reserve bedeutet eine Wiederholung vor Muskelversagen. Fünf Raps in Reserve, fünf Wiederholungen. Ja, einige unter euch kennen es vielleicht unter der API-Skala. Das ist quasi dasselbe umgedreht. API 10 ist quasi null Raps in Reserve und umgekehrt. So, bevor ich jetzt reingrätsche, warum hat Dominik Raps in Reserve? Also ich glaube, ich muss da jetzt erstmal ein bisschen weiter ausholen, um auch wirklich jeden ein bisschen abzuholen. Also ich glaube, die wichtigste Pre-Condition, um von Raps in Reserve zu sprechen, ist, dass jemand echtes Muskelversagen kennt. Und ich glaube, das geht dir genauso. Die meisten Leute brauchen erstmal vier Jahre Trainingserfahrung, um zu wissen, was ist denn überhaupt echtes Muskelversagen. Und Intensität ist ja auch etwas, was sich über die Trainingsjahre immer weiter steigert. Und von daher ist es erstmal grundlegend wichtig zu sagen, es braucht einen Athleten, der wirklich intensiv trainieren kann, dass es Sinn macht. Und der nächste Punkt ist dann auch im Prinzip zu sagen, warum mache ich es? Es war ja sehr lange Zeit sehr stark im Verruf. Das kam mal, ich glaube, im ersten Schritt, als ich darauf aufmerksam geworden bin, kam es aus der Netty-Community. Als es hieß, ja, du kannst mit drei, vier Raps in Reserve auch Muskeln aufbauen, aber kannst dafür doppelt so viel Volumen fahren, weil es viel weniger erschöpfend ist oder sowas in die Richtung. Da habe ich gesagt, komm, hör auf mit dem Bullshit. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man, wenn dann mit einem Raps in Reserve arbeiten sollte, weil ich auch bei erfahrenen Athleten und auch bei mir selbst sehe, ist es auch mal eine Halbe, es sind mal eine Halbe. Und ich glaube, wenn du zwei, drei Raps in Reserve lässt, dann wird das Schätzen sehr, sehr schwierig. Man kennt das selbst, du hast irgendeinen Satz in der Hexcode oder sonst was und auf einmal machst du nochmal Klick im eigenen Behindertenkopf, sage ich mal, und es geht noch ein bisschen mehr. Und deswegen ist das so ein bisschen das beste Schätzmaß. Und jetzt ist so die Frage, warum? Und das ist auch wieder ein Entwicklungsprozess. Hättest du mich vor drei oder vier Monaten gefragt, hätte ich gesagt, ne. Also ich kann mir vielleicht noch einen Sinn vorstellen, aber ich sehe ich nicht, ich will ballern. Wir haben, wenn wir ins Muskelversagen trainieren oder ich sage es mal nah ans Muskelversagen, zwei verschiedene Prozesse, die Schaden verursachen, sage ich mal. Das eine ist die Akkumulation von Metaboliten, von den Stoffwechselprodukten, die sich eben während der Kontraktion anhäufen. Das andere ist die Akkumulation von Calcium-Ionen. Calcium-Ionen sind quasi das, was die Kontraktion des Muskels ermöglicht. Stoffwechselprodukte bauen sich in den Satzpausen wieder ab. Der Grund, warum wir heute wissen, in Studien und auch in der Praxis, dass längere Satzpausen zu mehr Muskelwachstum führen, ist, dass wir erlauben, dass quasi die Metaboliten wieder vollkommen verschwinden und der Muskel eben nicht vorbelastet ist, vollen Output bringen kann. Calcium-Ionen kann man sich so vorstellen, der Muskel wird aktiviert, die strömen in Muskelreihen, Reihen, Reihen, um einfach nur die Kontraktion zu ermöglichen. Aktiv using cross-bridging. Und im Prinzip kann man jetzt sagen, die Muskeln haben, die Mitochondrien der Muskeln können diese Calcium-Ionen dann auch immer wieder abtransportieren. Je länger der Satz aber dauert, das können wir auch über High-Raps und so weiter noch sprechen später, umso mehr Calcium-Ionen kommen in den Muskeln und es kommt der Punkt, da können diese Calcium-Ionen nicht mehr abtransportiert werden, werden aber auch nicht für die Kontraktion benötigt, sammeln sich also im Muskel. Daraus entsteht folgend, also diese Calcium-Ionen, die in der Zelle verbleiben, aktivieren Calcium-Ionen, sind quasi einfach nur ein Entzündungsmarker und das ist das, was dann im Prinzip im Folgenden Muskelschaden verursacht. Und jetzt ist es so, das ist vielleicht auch noch mal wichtig, um jetzt jeden abzuholen, Muskelschaden ist nicht Muskelwachstum. Muskelwachstum und Muskelschaden sind zwei verschiedene Prozesse. Wir können in beiden Fällen eine erhöhte Muskelproteinsynthese messen, aber es hat nichts miteinander zu tun, Muskelschaden bedingt, nicht Muskelwachstum. Und dementsprechend komme ich mit dem etwas größeren Bogen jetzt zu den Raps in Reserve zurück. Wenn ich einen maximal stimulierenden Satz machen möchte, dann sollte ich es ja erreichen, mein Leistungsniveau über das ganze Training oder zumindest über die zwei Sätze einer Übung möglichst hoch zu halten. Wenn ich es jetzt also schaffe, den bestmöglichen Reiz zu setzen, aber keinen Schaden anrichte, dann sollte ich im zweiten Satz die gleiche Leistung wie im ersten bringen können. Weil ich mache meine drei Minuten ungefähr Satzpause, lasse die Stoffwechselprodukte wieder abfließen und da kommt diese eine Raps in Reserve ins Spiel. Weil für die meisten Athleten ist das so ein bisschen die Grenze, wo man sagt, diese letzte Raps bringt quasi einen überproportionalen Einfluss an Calcium-Ionen in den Muskel rein und erzeugt dann die Entzündungsreaktion. Und im Prinzip, wenn ich mir diese eine Wiederholung spare, wir kommen ja später auch noch auf die Effective Raps, die dafür wichtig sind, dann schaffe ich es, und das beweist sich dann eben auch in der Praxis, dass ich im zweiten Satz gleich viele Wiederholungen mache. Also, wenn ich jetzt im ersten Satz acht Wiederholungen mit einer Raps in Reserve mache, sollte ich im zweiten acht oder neun schaffen. Theoretisch in vielen Fällen sogar neun, weil ich ja quasi im ersten acht gemacht habe, eine drin gelassen habe und keinen Schaden erzeugt habe, also immer noch das Potenzial für neun habe. Und dementsprechend ist quasi das Ziel, über die Summe von zum Beispiel zwei oder auch mehr Sätzen mehr effektive Wiederholungen zu erzielen, als, ich glaube, das kennt jeder, machen Hecksquads-Satz zum Beispiel mit acht Wiederholungen richtig saftig ins Versagen, am besten noch die letzten zwei Raps mit Luft holen oben, dann machst du vielleicht im ersten acht und im zweiten vier oder fünf. Und dann hast du quasi immer den Indikator, wenn du mit ausreichender Pausenzeit Raps verlierst, dann weißt du, du hast Schaden erzeugt, der das gesamte Training im Prinzip danach beeinflussen wird. Sehr langer Wogen, aber ich glaube, es war so ein bisschen nötig für den Kontext. Ich versuche es mal einmal kurz zusammenzufassen. Es bestätigt das, was ich mir gedacht habe. Der Gedanke dahinter ist im Endeffekt, dass man über zwei Sätze verteilt, mehr effektive Wiederholungen nahe des Muskelversagens mit einer hohen Last ausführen kann, als wenn man jetzt zum Beispiel einen klassischen Top-Back-Off-Satz ins Versagen machen würde und zum Beispiel im zweiten Satz die Last reduziert. Beide Sätze zwar ins Versagen, wir haben in beiden Fällen, sagen wir, dieselbe Anzahl an Wiederholungen nahe des Muskelversagens, wo die Wiederholungsgeschwindigkeit langsam wird, aber wir haben insgesamt mehr effektive Wiederholungen auch mit einer höheren Last, die wir ausführen können. Richtig, genau. Ist es in der Praxis tatsächlich, also es erscheint mir tatsächlich fast ein bisschen hochgegriffen, dass man im zweiten Arbeitssatz dann trotzdem nochmal dieselbe Leistung abrufen kann. Aber da muss ich tatsächlich sagen, da fehlen mir Erfahrungswerte, weil ich gehöre zur Fraktion, ich trainiere tatsächlich immer ins Versagen, also bis auf ganz wenige Ausnahmefälle, beziehungsweise wenn man das Versagen mal selber falsch einschätzt. Aber für mich ist es relativ normal, dass ich einen starken Kraftabfall zum zweiten Arbeitssatz verzeichnen kann. Ist es so, bei Dominik, dass er tatsächlich dieselbe Leistung abruft? Ja, also das wäre auch im Prinzip, und das sehe ich wirklich, also das sehe ich im Prinzip täglich mit meinen Leuten, dass genau das durch die Bank weg passiert. Also wir können mir später noch so ein bisschen, ich lasse das schon mal mit einfließen, Stretch- und Short-Position-Exercises, das macht schon was aus. Also ich würde mal sagen, tendenziell würde ich jetzt zum Beispiel sagen, bei einem sitzenden Beinbeuger bleibt es eher gleich. Wenn du jetzt die Übung hast, die in einer kontrahierten Position eher schwerer ist, ist sogar noch eher eine mehr drin, dass du wirklich Nullverlust hast netto. Obers ordnet sich in die Richtung ein, das Spiel kannst du sogar noch anders spielen. Das hat Dominik auch herausgefunden, das habe ich ihn prognostiziert, weil er auch gesagt hat, er würde noch gerne ein bisschen mehr Fokus auf die Glutes legen. Dann habe ich gesagt, lass uns eine Glute-Bridge machen. Also für jeden im Prinzip eine Glute-Bridge ist die obere Hälfte von dem Hip-Trust. Also wirklich nur eine reine, sehr shorte Range of Motion für die Glutes in die Kontraktion rein. Wenn wir in der Kontraktion trainieren, erzeugen wir noch weniger Schaden, aufgrund von ein paar Mechanismen. Und ich habe ihm gesagt, du machst da vier Sätze. Ansonsten würde ich jetzt auch, das ist dann eben eine Ausnahmefall, so viele Sätze zu programmen. Und er hat gesagt, du machst die ersten drei Sätze, sechs bis acht Wiederholungen mit einer Rep in Reserve und du wirst bis zum vierten Satz exakt gleich viele Wiederholungen machen. Und genau das ist auch der Fall. Witzig. Ich habe mal, es ist schon ewig her, ich habe mal eine Zeit lang mich auf einen Powerlifting-Wertkampf vorbereitet und das ist tatsächlich die einzige Zeit in meiner Trainingskarriere, wo ich nicht klassisch Hit trainiert habe, beziehungsweise in meiner Trainingskarriere, wo auch was passiert ist. Und dort habe ich nach Small of Junior trainiert. Kennst du das Programm? Nee, das kenne ich nicht. Ein verrücktes russisches High-Volume. Danach tut dir auf jeden Fall jedes Gelenktraining weh. Und habe dann so Bankdrückeinheiten gehabt, wo ich zehnmal drei Wiederholungen trainiert habe mit einem Gewicht, mit dem ich aber effektiv wahrscheinlich im ersten Satz auch nicht wirklich mehr als vier oder vielleicht maximal fünf Wiederholungen geschafft hätte und habe damit dann im Endeffekt zehnmal drei Wiederholungen rausgeholt. Bin innerhalb von kürzester Zeit extrem stark geworden. Ich habe innerhalb von zwölf Wochen mein Bankdrücken, glaube ich, von 170 auf 210 Kilo maximal gebracht und bin dementsprechend auch gewachsen, logischerweise. Aber das war tatsächlich der einzige Ausflug, den ich jemals gemacht habe, ohne bewusst ins Versagen zu trainieren. Sehr interessant. Finde ich, war ein super cooler Einstieg. Und ich würde da auch gleich direkt ansetzen. Ich glaube, der beste Step wäre jetzt einmal in das Thema Effective Raps reinzugehen. Ich will nicht sagen, es ist ein neues Konzept, aber es ist ein Konzept, was noch nicht so lange breit getreten wird beziehungsweise es gibt erst seit kurzem Namen dafür, dass das für die Leute auch tatsächlich greifbar ist, worüber wir reden. Ansonsten gab es immer irgendwie so der Punkt des Muskelversagens. Das ist leicht zu erklären. Schalter an, genau, ja. Genau, so, Schalter an, Schalter aus, so, geht keine Wiederholung mehr. Das hast du in zwei Sekunden erklärt, dass man das auch noch weiter ausführen kann. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber es hat gerade diese High-Volume, Low-Volume-Debatte, die seit Jahrzehnten geführt wird, ist im Endeffekt immer geführt worden, ohne eigentlich eine messbare Größe anzugeben, nämlich die Intensität. Die Anzahl an Wiederholungen oder die Anzahl an Sätzen ohne eine Angabe von Intensität oder ohne eine Range Richtung Muskelversagen zu geben, macht halt einfach gar keinen Sinn. So kann man überhaupt nicht diskutieren. Vier mal zwölf Wiederholungen versus ein Pyramidensatz-Training zu machen, ohne dabei anzugeben, wie weit entfernt vom Muskelversagen wir eigentlich sind. Diese Debatte macht halt einfach gar keinen Sinn. Es ist auch sehr lustig, wenn man das mal runter bricht, die Leute, die damals für ihr High-Volume-Training bekannt waren, zum Beispiel so ein Jay Cutler oder so, wenn man deren Training mal weiter im Detail analysiert und das jetzt mal zum Beispiel vergleicht mit einem klassischen Training von Dorian Yates, kommt man auch drauf, dass am Ende des Trainings gar nicht viel mehr effektive Wiederholungen eigentlich ausgeführt worden sind, sondern im Endeffekt haben eigentlich alle erfolgreichen Bodybuilder dasselbe gemacht, teilweise mit Umwegen, aber in der Kernsubstanz eigentlich immer gleich geblieben. Also, jetzt lange ausgeholt, Effective Reps vom Laien, in dem Fall von mir, sind die, sagen wir, die letzten fünf Wiederholungen vor Muskelversagen, ab der die Wiederholungsgeschwindigkeit langsamer wird, beziehungsweise bei der man nicht mehr maximale Geschwindigkeit in einer Wiederholung ausführen kann. Das ist hier die Praxis, das ist meine Definition von Effective Reps. Jetzt der Experte, was sind es wirklich? Ja, also im groben Konzept würde ich dir absolut recht geben, also ich mache es mal ein bisschen technisch, aber versuche nicht zu tief zu gehen. Letztendlich ist es erstmal so, unser Körper ist immer effizient. Wir werden immer nur so viele Muskelfasern rekrutieren wie nötig. Da kann sich jeder sonst was ausdenken, wie stark er sich auf seine Muskeln fokussieren kann, der Körper wird effizient bleiben. Und das heißt, im Prinzip je höher das Anstrengungslevel wird, kann man sich wie so ein Volume-Chart vorstellt, umso mehr Muskelfasern werden aktiviert. Am Anfang habe ich viele Typ 1 Muskelfasern, die sind auch größtenteils schon durch Alltagsaktivität fast maximal hypertrophiert. Irgendwann komme ich in diesen Bereich, wo ich in diese Typ 2 Muskelfasern komme, Typ 2X, die eben Wachstumspotenzial haben. Und jetzt gibt es im Prinzip zwei Faktoren, die eben dann für die effektiven Wiederholungen zählen. Zum einen, was brauche ich? Ich brauche eine hohe Wiederholungsgeschwindigkeit für eine hohe Aktivierung. Jetzt ist aber erstmal wichtig zu sagen, hohe Wiederholungsgeschwindigkeit beschreibt die Intention, nicht das, was man von außen sieht. Und zweitens, das, was ich brauche, ist eine lang, also das widerspricht sich jetzt ein bisschen, aber es ist quasi eine unfreiwillig verlangsamte Bewegung, weil ich brauche quasi eine hohe Phase Aktivierung, die erreiche ich, indem ich zumindest in meiner Absicht möglichst aggressiv dagegen drücke. Gleichzeitig muss ich Spannung im Muskel ermöglichen, die nur möglich wird, wenn das Tempo verlangsamt wird. Das heißt also, wenn ich jetzt super slow training, so ein MTUT-Quatsch oder sowas mache, dann habe ich zwar eine hohe Spannung, aber wenig Aktivierung. Wenn ich jetzt einfach nur exklusiv ballere, habe ich eine hohe Aktivierung, aber wenig Spannung. Ich brauche beides. Jetzt kommt jeder schon eben auf den Punkt, den du erwähnt hast. Das sind die Wiederholungen, wenn es schwer wird. Wenn ich quasi so hart, ich kann gegen drücke, aber es eben erschöpfen wird und deswegen sich unfreiwillig verlangsamt. Grundsätzlich würde ich immer erst mal so die Effective Reps beschreiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satz mache mit, ich sage mal, ich kann sechs Wiederholungen machen, aber ich mache vier, dann werde ich höchstwahrscheinlich, bei niedrigen Wiederholungszahlen, ab der ersten Wiederholung das gegeben habe, dann werde ich auch mit vier Wiederholungen bei zwei Reps in Reserve trotzdem vier Effective Reps machen. Aber grundsätzlich ist das eben diese Voraussetzungen sozusagen, diese schweren, anstrengenden Wiederholungen, bei denen ich eben Gas geben muss. Das sind die, die das Wachstum auslösen, weil eben hohe mechanische Spannung vorhanden ist. Und das bringt uns ja auch so ein bisschen in dieses immer so kontrovers aufgefasste Thema, was ich auch für falsch halte. Hohe und niedrige Wiederholungszahlen erzeugen bei der das gleiche Muskelwachstum. Ja, und wir hatten es gerade vor dem Gespräch kurz, auf dem Papier erzeugen Sie erst mal das gleiche Muskelwachstum. Aber das, was immer vergessen wird, ist, dass wir hier nicht nur von Nutzen, sondern von Kostennutzen sprechen. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir haben so ungefähr vier bis sechs effektive Wiederholungen in einem Satz. Dann würde ich sagen, jetzt könnten wir darüber streiten, ob die letzte Wiederholung auch effektiv ist oder ob die aufgrund dieses Schadenmechanismus, das ich beschrieben habe, vielleicht ab und zu auch schon fast, wieder negativen Kosten nutzen hat. Sei es drum. Detail die Frage. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, ich habe so ungefähr vier bis sechs Wiederholungen, die irgendwo Wachstum stimulieren. Weil, auch wenn es wieder für viele schmerzhaft ist, weder der Pump noch Muskelschaden stimulieren Wachstum. Wer das heute noch behauptet, der ist sogar auch science-based, bloß science-based aus den 90ern. Das ist so der Zeitpunkt, wo diese These entstanden ist. Ich brauche einfach nur diese mechanische Spannung. Und das heißt einfach nur, wenn ich jetzt einen Satz mit der gleichen Übung, ich mache eine Beinpresse mit sechs Wiederholungen ins Versagen oder ich mache eine Beinpresse mit 20 Wiederholungen ins Versagen, dann habe ich in beiden Fällen den gleichen Reiz gesetzt, aber im zweiten Fall einfach nur 14 Wiederholungen extra gebraucht, die nichts anderes erzeugen außer Ermüdung. Und diese Ermüdungsseite der Stimulation, die ist das, was oft übersehen wird. Und wir haben ja auch wieder die Thematik, dass wenn sich sehr viel Stoffwechselprodukte im Muskel anbahnt, gerade Beine sind da wahrscheinlich mit das beste Beispiel, wird auch die Einschätzung zum tatsächlichen Muskelversagen irgendwann gnadenlos schwer, weil es sehr schmerzhaft wird. Eine Brustpresse ins echte Muskelversagen auszuführen, dürfte für die meisten erfahrenen Athleten deutlich leichter sein als eine Beinpresse mit 30 Wiederholungen ins tatsächliche Versagen auszuführen. Nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass prinzipiell die Effective Reps in verschiedenen Rep Ranges durchaus Anwendung finden und auch in der Praxis. Jetzt könnte man sagen, okay, wir trainieren alles mit maximal sechs Wiederholungen oder sechs, sieben Wiederholungen, damit wir einfach möglichst wenig Gesamtwiederholungen, wenig Gesamtermüdung erzeugen und die gleiche Anzahl an effektiven Wiederholungen aufbringen. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben auch Dinge wie passive Strukturen, wir haben Gelenke, die darunter leiden, wir haben auch bei einigen Übungen durchaus einfach mal ein Verletzungsrisiko. Das kann durch Unaufmerksamkeit passieren, gerade bei Übungen, die koordinativ ein bisschen anspruchsvoller sind etc. Wie machst du das? Wie entscheidest du für deine Athleten, in welchem Wiederholungsbereich sie tatsächlich trainieren, übungsspezifisch oder auch situationsabhängig? Also ich sage es mal so, wenn jetzt erstmal, wir gehen mal von einem nicht verletzten Athleten aus. Einfach, es gibt keine negativen Vorbedingungen, wir steigen ins Programming ein. Ich arbeite im Prinzip durchgehend, durchgehend mit fünf bis acht Wiederholungen. Und das hat im Prinzip ein paar verschiedene Gründe und ich würde eigentlich auch gerne erstmal auf das Verletzungsthema eingehen. Ich denke, wie du sagst, da spielen verschiedene Komponenten mit rein. Ich hätte jetzt auch keinen Langhandelbankdrücken in meinem Plan drin, weil ich es pauschal für riskant halte. Es gibt ein paar Jungs, die da biomechanisch super für gebaut sind und die das ausgiebig ohne Problem überlasten können. Aber erstmal ist es Übungsauswahl. Es ist zweitens korrekte Ausführung. Ich schreibe immer Kadenzen in meine Pläne rein, einfach nur, um auch erstmal das Ausführungstempo zu standardisieren. Und das ist schon mal so die Grundlage. Ich bin immer der Meinung, niedrige Wiederholungsbereiche per se führen nicht zu mehr Verletzungen, sondern schlechte Ausführungen und schlechte Bewegungsabläufe in schlechten Übungen. Und der eigentliche Witz ist auch der, wer, und das sind jetzt alle Sachen, wichtig ist immer zu sagen, ich rede jetzt hier sehr viel Theorie, das sind alles Dinge, die jetzt schon im Prinzip seit recht langer Zeit mit Athleten in die Praxis umgesetzt sind. Man kann aber erstmal aus der Theorie kommend sagen, was ist denn besser für die Gelenke, was möchte ich denn, vielleicht erstmal anders gefragt, was möchte ich denn als Bodybuilder für ein Gelenk haben? Ich möchte ja eigentlich ein Gelenk haben, das möglichst steif ist, dass der Druckübertrag sozusagen möglichst effizient erfolgt und eben das Gelenk nicht verrutscht. Viele Brustmuskelabrisse sind tatsächlich eben dann eben Gelenke, die etwas nachgeben, wodurch dann der Muskel im Prinzip gerissen wird. Datenlage heute sagt uns, dass wir nur mit Wiederholungen unter 10 und sogar eher unter 8 ein steiferes Gelenk erreichen. Was wir sehen ist, dass bei Kraftausdauer und Ausdauersportlern größere Gelenkstrukturen vorherrschen. Du hast quasi eine Hypertrophie von Kollagen und den anderen Strukturen sozusagen. Es ist ein größeres Gelenk, aber es ist kein steiferes Gelenk. Und das heißt im Prinzip per se, wenn ich in der Lage bin, mit niedrigen Wiederholungen zu trainieren, kann das sogar für meine Gelenkgesundheit sehr feuerlich sein. Sagt man jetzt erstmal so, oh, spricht gegen alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe da auch durchaus extrem, also mein aktueller Trainingspartner ist 57 und macht genau das. Ist schmerzfrei, denn ich habe auch einige Athleten Ende 40, bei denen sich das bestätigt hat. Jetzt muss man natürlich wieder sagen, habe ich jetzt jemanden mit Vorverletzungen, dann ist es was anderes. Ich habe auch Leute, da sage ich dann, okay, komm, 12 bis 15, dann machen wir den ersten Durchgang, sagen wir mal, ah, operierte Schulter tut immer noch weh, dann machen wir halt eben eher 15. wo wir uns eben hinarbeiten können. Also das war jetzt erstmal so die Sicht aus dem, wenn du keine Vorbelastung hast, aber wenn es natürlich Vorbelastungen gibt oder wenn im Lauf des Trainings Verletzungen entstehen, dann gibt es natürlich auch sehr gute Gründe, eben die Rap-Range zu nehmen, die schmerzfrei einfach nur funktioniert erstmal. Noch ein, ich halte es erstmal kurz dazu, ich halte es sehr ähnlich mit meinen Athleten, dadurch, dass ich fast nur ziemlich fortgeschrittene Athleten bei mir habe, die auch in der Regel schon ziemlich viele Jahre Trainingserfahrung auf dem Buckel haben und das muss man sagen, Bodybuilding ist schon ein Sport, der auch Verschleiß mit sich bringt, zumal die allerwenigsten seit Beginn ihrer Trainingskarriere vernünftig und korrekt trainieren, die meisten, du wahrscheinlich auch, wirst eine Phase in deinem Training gehabt haben, wo man dumme Dinge gemacht hat, die man jetzt vielleicht retro-perspektiv nicht mehr machen würde, aber das fordert halt einfach irgendwann den Tribut und ich mache es tatsächlich mit den meisten meiner Athleten so, dass ich denen gar nicht mehr den Wiederholungsbereich vorgebe, sondern dass die sich wirklich pro Übung den Wiederholungsbereich wählen, dass sie ein Gewicht wählen können, mit dem die sich gut fühlen, keine Schmerzen haben und dementsprechend ins Versagen trainieren. Prinzipiell habe ich die Erfahrung gemacht, es ist deutlich leichter, auch prozentual Progress zu machen im niedrigeren Wiederholungsbereich. Ich finde, es ist deutlich leichter, eine Übung mit 5 Wiederholungen, in meinem Fall ins Versagen, über die nächsten paar Wochen auch vielleicht 6, 7 Wiederholungen zu bringen, was prozentual eine ganz schön große Steigerung ist, als jetzt eine Übung von 12 Wiederholungen auf 15 Wiederholungen zu bringen, über Zeit. Kommt auch noch der Faktor dazu, dass du halt 12 Wiederholungen Zeit hast, dir zu überlegen, dass du die 13. jetzt vielleicht nicht schaffst. Auch dieser mentale Aspekt ist auch nicht zu vernachlässigen, gerade in einem HIT-Training. Wir kommen später nochmal zu dem Thema Progress und so, aber ich finde, Leistungsdruck kann auch zu viel schlechten Dingen führen, Thema Verletzung. Problem ist auch bei allen Übungen, die ins Muskelversagen oder sehr nah ans Muskelversagen ausgeführt werden, dass man dazu neigt, bei den letzten Wiederholungen, wo vielleicht ein Teil Muskelversagen in der Hilfsmuskulatur oder so stattfindet, Technik auf einmal unbewusst zu ändern. Vor drei Wochen hatten wir gerade, hatte ich mit Justin gerade das Phänomen, der ist aktuell mit Tobias Hane zusammen am trainieren, die pushen sich jedes Training wahnsinnig und ich habe dem vor vier, fünf Wochen habe ich zu Justin schon gesagt, lass mal bitte die Force-Straps weg, die Wiederholungen übers Muskelversagen, das muss jetzt, das muss einfach wirklich nicht mehr sein. Das führt nicht zu mehr Hypertrophie, das sorgt nur dafür, dass du dich richtig ins Regenerationsloch reinwirtschaftest und das sind auch immer die Wiederholungen, gerade wenn du es nicht mehr aus eigener Kraft schaffst, ein Gewicht zu bewegen, wo irgendwann sich blöderweise die Technik ändert und quasi auf Ansage hat er sich auch einen kleinen Faserriss in der Brust zugezogen, beim Schrägbankdrücken, bei ich bin schon im Versagen, Partner greift rein, und ich führe noch eine Wiederholung übers Versagen aus. Das ist ein Klassiker. Da rutscht auf einmal der Ellbogen Zentimeter nach oben, auf einmal liegen 180 Kilo auf den Fasern, wo sie normalerweise nicht in der Position liegen und schon zingt, ist da mal was ab. Ja, es erfordert auf jeden Fall eben Disziplin, das Ganze beizubehalten und eben auch mit den Force-Straps und ich meine, jetzt hören mich hier viele wahrscheinlich zum ersten Mal und jetzt kommt hier O-Raps in Reserve und O-Alles ganz kontrolliert. Ich habe die Phasen auch durch, klar, also 20 Rap-Widow-Maker-Sets und Force-Raps und Rest-Paws und Drop-Sets etc. Es geht gar nicht darum zu bestreiten, dass sowas Bock macht, dass hartes Training bis zum Anschlag und drüber hinaus richtig Spaß macht. Und Spaß bleibt auch immer ein Faktor, auch immer später nochmal zu kommen. Aber grundsätzlich bin ich als Bodybuilder für mich und auch für Athleten darauf fokussiert, erst mal was ist denn das bestmögliche Ergebnis halt. Und das, was du beschreibst, das ist auch wieder, es ist ja ein normaler Prozess des Körpers. Ich habe das mal an einem schönen Beispiel gelernt. Und zwar, dein Körper hat ein Koordinationsmuster für eine Übung. Das heißt zum Beispiel, du machst eine Kniebeuge, wie sie dein Körper gelernt hat. Jetzt bist du vielleicht ein etwas Quad-dominanterer Kniebeuger und wir sagen, du hast 10 Einheiten Aktivierung, du bist kniedominant, also sendet dein Körper 6 Einheiten Aktivierung an die Knie, 4 an die Hüfte. So, jetzt machst du den Satz. Wozu führt das, dass du auch viel mehr Aktivierung im Quad als in der Hüfte hast? Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo der Quad viel früher, viel stärker aktiviert wurde, versagt, dein Körper kann das Koordinationsmuster aber nicht anpassen. Das heißt, dein Quad versagt, deine Hüfte kriegt aber nicht mehr Aktivierung, du fängst an, dich automatisch nach vorne zu lehnen, um zu kompensieren. Weil letztendlich versucht der Körper ja einfach nur auf irgendeine Art und Weise die Bewegung fortzuführen, wie er sie gelernt hat. Und genau da erfordert es halt eben Disziplin, dann wirklich zu sagen, gut, okay, ich kompensiere nicht, ich versuche nicht irgendwie schmutzig eine Wiederholung rauszuholen, ich standardisiere meine Wiederholungen und im Prinzip ist dann Feierabend, wenn ich es nicht mehr gewährleisten kann, das Ganze sauber auszuführen. Es ist wichtig, es ist wichtig und ich verstehe, wenn man so trainiert, wie wir es jetzt besprochen haben und auch mit den niedrigen Wiederholungen, die ich jetzt angesprochen habe, dann muss das gegeben sein, ansonsten erhöht sich das Verletzungsrisiko auf jeden Fall. Yes, und das ist nicht so einfach. Justin ist schon jemand, der sehr lange trainiert, immer sehr sauber trainiert, sehr bewusst trainiert, eigentlich überhaupt nichts Dummes macht, aber jeder kennt das, man geht mal ein bisschen zu gehypt ins Training oder auch hier, gerade in der Diät, finde ich ein fieser Faktor, wenn vielleicht nicht mehr der Progress in jedem Training gegeben ist und man hat einfach noch eine Wiederholungszahl im Kopf, die man einfach gerne hätte, weil man ja nicht hinnehmen möchte, dass man vielleicht schwächer geworden ist und schon passiert das wirklich sehr, sehr schnell, dass man halt eine Wiederholung macht, die man vielleicht eigentlich nicht mehr hätte machen sollen und dann ist das Verletzungsrisiko da. Jetzt haben wir quasi die eine Metrik festgelegt, was sind effektive Wiederholungen. Die zweite Metrik, die wir jetzt mal einmal kurz definieren müssen, ist das Muskelversagen. Wir reden jetzt hier schon die ganze Zeit drüber. Für den Laien relativ simpel, Muskelversagen ist die letzte Wiederholung, die man ausführen kann, ohne dass sich die Technik verändert, ohne dass Hilfe genommen werden muss. Man kann Muskelversagen aber, finde ich, noch viel weiter differenzieren und es gibt auch durchaus verschiedene Arten von Muskelversagen. Was ist dein Take dazu? Wie definierst du Muskelversagen überhaupt für dich? Also im Prinzip, ich muss ein bisschen denglisch um mich werfen, sage ich mal, aber das, wie ich es jetzt gerade sauber definieren würde, ist quasi Maximum Tolerable Level of Effort. Also im Prinzip, wenn du dein maximales, subjektiv wahrgenommenes Anstrengungslevel erreicht hast. Das hört sich für jeden immer erstmal schrecklich an, weil jeder harte Bodybuilder aber denkt, er hätte ja ein unglaublich hohes Level. Das kann sich auch verschieben. Das ist einer der Gründe, warum wir auch Progression erzielen. Nicht nur körperliche Adaption, sondern eben auch, weil wir mental in der Lage sind, mehr auszuhalten. Aber erstmal ist es so, jetzt mal vor kurzem mit dem Video gesagt, und das kann auch jeder für sich testen, nehmt euch einen Kurzhandel Curl für 10 Wiederholungen und dann macht ihr im Prinzip mit beiden Seiten bis zum Muskelversagen, bis zum kompletten Muskelversagen, kämpft euch tot, schmeißt eine Handel weg und auf einmal könnt ihr mit der rechten noch zwei Wiederholungen machen. Ja, was ist denn jetzt passiert? Der Muskel ist nicht übersäuert, er hat nicht auf einmal kein ATP mehr gehabt oder irgendwas anderes halt, ne, sondern die Aktivierung, die euer Kopf in den Muskel senden muss, hat sich auf einmal halbiert. Er muss nur noch einen Muskel aktivieren und nicht mehr zwei gleichzeitig. Und dementsprechend ist immer quasi die Signalstärke das Wichtige. Also im Prinzip, du nimmst ein Gewicht in die Hand, hebst es hoch und das erste Signal ist immer Spinal, also das erste Signal zur Aktivierung kommt immer von deinem Kopf, der sendet ein gewisses Aktivierungssignal und daraufhin kriegst du auch das Feedback, wie anstrengend ist das. Und dein Körper wird effizienter, also quasi du hast eine gewisse Signalstärke, die du erreichen kannst und wenn du jetzt ganz frisch mit dem Krafttraining einsteigst, dann brauchst du vielleicht irgendwie nach ein paar Wochen noch 20% der Signalstärke für deinen 10-Kilo-Curl, den du am Anfang gebraucht hast und kannst deswegen alleine schon aufgrund deiner Resilienz mehr Gewichte bewegen, logischerweise. Und jetzt kommt aber der Faktor der, was ist denn Anstrengungslevel? Das hast du vorhin ja auch schon erwähnt. Im Prinzip mein maximales Anstrengungslevel hat ja nicht einfach nur was mit dem Gewicht zu tun, was ich in die Hand nehme. Wenn ich jetzt eben so ein 20-Rap-Lag-Press-Set mache, also ich habe einen kardiovaskulären Faktor, ich habe die Luftnot, die mir ein negatives Feedback gibt, ich habe das Brennen in meinem Muskel, was mir ein negatives Feedback gibt, ich habe noch den mentalen Faktor sozusagen, halt oh scheiße, da kommen noch von mir aus 10 Raps, der mir ein negatives Feedback gibt. Und im Prinzip, wenn ich ein möglichst muskulär getriebenes Muskel versagen muss, wie es wichtig ist, es wird nie der Muskel selbst sein, der versagt, es ist immer quasi das ZNS-Signal, in Anführungsstrichen, was versagt, dann muss ich eben versuchen, die Umweltfaktoren, die meine wahrgenommene Anstrengung erhöhen, so gering wie möglich zu halten, um so viel Reiz aus dem Satz wie möglich mitzunehmen. Das wäre jetzt so der etwas technischere Take. Wie stellst du das an? Ich würde jetzt mal kurz den Bogen schlagen zum Thema Übungsauswahl. Also einen Punkt haben wir eben schon kurz angesprochen, den müssen wir jetzt nicht nochmal nehmen, ist einmal der Wiederholungsbereich, in dem wir arbeiten, einfach schon mal hohe Wiederholungszahlen vermeiden, wenn die restlichen Faktoren das zulassen. Aber ich denke, das Thema Übungsauswahl ist hier auch sehr, sehr entscheidend, gerade wenn man unterscheidet zwischen maschinengeführtes Training, freien Übungen, die viel Stabilität erfordern, etc. Wie gehst du da an? Weil da scheidet sich ja die Spreu auch extrem vom Weizen. Ja, absolut. Also ich meine, für mich wäre es immer erst mal das, so stabilisiert wie möglich. Weil letztendlich, das ist ja auch so ein bisschen dann Oldschool-Mythos, ja, mach eine Kniebeuge, statt eine Hexkotterstrin, da trainierst du deine Stabilisierer. What the fuck sind deine Stabilisierer? Du hast einfach nur Muskeln, Sehnen, Bänder, du hast vielleicht auch deine Propriozeption, so die Wahrnehmung deines Körpers im Raum, die sich verbessern kann, aber es gibt keine geheimen Stabilisierer. Und dementsprechend, wenn ich jetzt der Logik folge, zu sagen, eine Kniebeuge ist zum Beispiel besser als ein Hexkotter, weil es eine freie Übung ist, dann müsste eine Kniebeuge auf dem Busuball ja noch besser sein als eine freie Kniebeuge, weil da muss ich ja noch mehr stabilisieren. Wo hört diese Logik auf? Die kann ich ja nicht in irgendeine Richtung fortführen. Andersrum kann man auch eindeutig messen, und das zeigt dann eben auch die praktische Erfahrung, je weniger Muskeln aktiviert werden müssen, umso höher ist die Aktivierung im Zielmuskel, egal ob Isolations- oder Verbundübung. Und dementsprechend würde ich dann eben immer versuchen, quasi ein Bewegungsmuster zu nehmen, das so stabilisiert wie möglich ist, also um zu dem Beispiel zurückzukommen, eben zum Beispiel eine Hexkotter, statt einer Kniebeuge oder sowas in die Richtung. Da bin ich zu 99 Prozent bei dir. Das spiegelt sich auch in den meisten meiner Trainingspläne wieder. Die einzige Sache, bei der ich immer so ein bisschen schwanke, und ich sage ja immer, ich mache eigentlich nur Dinge, die ich selber gut nachvollziehen kann und auch irgendwie erklären kann, aber in der Praxis ist es dann manchmal so, dass da irgendwie doch ein paar andere Sachen mit reinspielen. Ich nehme jetzt mal die UK-Guys so ein bisschen mit rein, die ja auch alle in ihrem Hit-Film sind. Und dort sieht man auch inzwischen, nehmen wir mal so Rückentraining, jeder hat irgendwie eine aufgelegte Rudervariante, um die Rückenschrecker mit rauszunehmen, die Stabilisation ein bisschen mit rauszunehmen, die Muskulatur zu treffen. Wir sehen da viele Iliak-Latt-Pulldowns auch bei Kuba etc. Aber die Jungs, die schwören auch alle drauf, einfach schwere Dinge vom Boden zu heben und auch mal wirklich schweres Langhantelrudern zu machen. Ich glaube, wir müssen uns alle nicht streiten, um zu sagen, dass Langhantelrudern weder das optimale Widerstandsprofil bietet, um einen dicken oberen Rücken aufzubauen, noch bietet Langhantelrudern eine vernünftige Stabilität, um einen maximalen Output zu erzeugen. Fakt ist aber auch, wenn man irgendwie mit 200 Kilo über dem Boden vernünftig stehen kann und das Ding hochrudert, führt fast kein Weg dran vorbei, einen richtig fleischigen, dicken Rücken zu haben. Und die Logik hinkt nicht. Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht gesehen, dass mir jemand über den Weg laufen lässt, der einen wirklich richtig beeindruckenden, richtig dicken, massiven Rücken hat, der weder viel hebt, noch frei rudert. Wie ist dein Take dazu? Weil das sind ja zwei quasi sehr auseinandergehende Konzepte. Also ich würde sagen, mein Take ist differenziert. Wenn ich jetzt mal über mein eigenes Programming spreche, also vielleicht auch mal eine Sache vorweg. Man muss auch immer gucken, das ist auch wahnsinnig wichtig, wie effizient ist jemand in gewissen Bewegungsabläufen. Also im Prinzip ist jemand zum Beispiel von Natur aus ein richtig guter Kniebeugel. Ich nehme jetzt hier mal den Jim Denning, kennst du ja bestimmt auch als Beispiel. Wenn du den Kurzhanteldrücken oder Langhantelschulterdrücken machen, das sieht aus wie einer Multipresse gezogen. Und wenn so einer sich in einem freien Bewegungsmuster befindet, dann ist es auch nochmal ein anderer Grad an Effizienz sozusagen, weil da Stabilisierung irgendwo scheinbar nicht mehr vorhanden ist. Ich würde dir auf der einen Seite der Logik vollkommen recht geben. Dieses schwere Heben hat immer, immer Top-Ergebnisse produziert. Ich würde hier halt so ein bisschen für mich aus Erfahrung einfach nur den Kosten-Nutzen-Faktor entgegenstellen. Ich glaube persönlich, dass in der Physikentwicklung, sage ich mal, ein dicker Rückenstrecker oftmals überbewertet ist, weil es dann oftmals eigentlich auch so untere Latissimus-Anteile sind, etc., die sich auch mitentwickeln. Ich würde aber sagen, gleichzeitig auch für die dicken Traps, etc., Johnny Jackson, ich meine Jordan Peters, wir müssen nicht darüber sprechen, dass dieses Konzept funktioniert. Das steht für mich außer Frage. Und ich meine, das gilt ja eben für alle großen Jungs. Ich meine, das ist auch der Dante Trudel-DC-Originalspruch, wenn du auf der Schrägbank mit der langen Hände von 100 auf 180 Kilo gehst, dann wirst du anders aussehen. Das ist unweigerlich. 100 pro. Und das ist eben erstmal das Allerwichtigste. Vielleicht bringt mich das erstmal zu dem Basic-Konzept zurück. Wir sprechen hier über Feinheiten der Trainingsgestaltung, sprechen auch später darüber, über wie tief sollte man denn als normaler Athlet darüber nachdenken. Wenn du deinen Kalorienüberschuss vernünftig isst und einfach nur in einer guten Übungsauswahl progressiv trainierst, dann wirst du gut werden. Und wenn du einfach nur dich brutal darauf konzentrierst, was die Jungs ja auch machen, dann wirst du schon den Großteil vom Weg gegangen sein. Was ich eben sage, ist, mit den Gedanken, die ich jetzt auch gleich zu dem Thema äußere, sich gerade für fortgeschrittene Athleten nochmal eben Dinge optimieren lassen. Weil das, was eben aus meiner Perspektive oftmals übersehen wird, und das ist so ein bisschen meine Brücke zu dem schweren Heben, ist hier eben auch der Kosten-Nutzen-Faktor. Dass wenn du jetzt im Prinzip zwei, drei schwere Sätze Stifflegs machst oder im Prinzip so den Jordan-Peters-Ansatz dein Programming im Prinzip so gestaltest, dass du möglichst viele schwere Hebevarianten einfach nur unterbringen kannst und den Rest dann hinten anstellst sozusagen. Du wirst diesen Gorilla-Back haben, gar keine Frage. Ich denke, du kannst zumindest im oberen Rückenbereich etc. auch Vergleichbares erreichen mit stabilisierten Varianten. Bin ich mir eigentlich komplett sicher. Mit weniger Kosten auf die Regeneration. Vielleicht mag es in der Density vom Gesamtlücken Unterschied machen. Ich würde es bestreiten, aber ich sage es mal, die Evidenz im Moment, das ist auch wieder das Problem, dass du so viele Science-based Typen hast, die halt einfach Nudeln sind. Du hast halt nicht viele, die jetzt im Prinzip sagen, Scheiß auf jedem. Das Problem ist auch, dass die, egal wie gut die Studienlage ist, du wirst halt keine Studie finden, wo zehnmal Jordan Peters drin ist, weil davon gibt es halt nur einen so auf der Welt. Also selbst die, das ist auch das Thema mit den Effective Reps, sagen wir, sind es die letzten vier, fünf, sechs Wiederholungen vor Muskelversagen. Wie genau sind denn die Studien? Wie gut haben sich die Studienteilnehmer selber tatsächlich eingeschätzt? Da muss man im Detail immer mal wirklich sehr, sehr, sehr kritisch sein. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich immer davon ausgehen, dass die Evidenz, die man hat, das ist quasi das aktuelle Wissen. Ich finde, man darf trotzdem nur nicht vernachlässigen, wenn man lebende Beispiele hat, dass Dinge funktionieren, dass sich die Dinge vielleicht auch später quasi als wahr erweisen. Diese Erfahrung habe ich tatsächlich in meiner Bodybuilding-Karriere öfter gehabt. Gerade so zu Beginn, wo man anfängt, so ein bisschen Wissen aufzusaugen, kommt ganz schnell der Punkt, wo man irgendwann denkt, so man hat es jetzt begriffen, so man ist schlauer als die alten Hasen. Thema PED ist so der absolute Klassiker. Da bin ich ja relativ früh, habe ich mir relativ früh tief in die Materie eingetaucht und habe auch relativ schnell das Gefühl gehabt, so ich habe es jetzt. Und die Erfahrung der letzten Jahre ist eigentlich, dass viele Dinge, die mir Leute vor fast zehn Jahren erzählt haben, die ich damals als Quatsch abgetan habe, weil mein Team Andro-Wissen das Gegenteil behauptet hat, sich im Nachhinein doch eigentlich als richtig erwiesen hat. Und ich bin mir fast sicher, dass es bei einigen Dingen, was die Trainingswissenschaft angeht, auch der Fall sein kann. Und letzter Faktor, und letzter Faktor nochmal, um auf das Thema anzugehen, Übungen in seinem Trainingsplan zu implementieren, die auf dem Papier vielleicht nicht most bang for your buck sind, ist glaube ich, Trainingsmotivation, Spaß am Training. Auch ein Faktor, wie sehr man es schafft, an seine Grenze zu gehen. Wenn du mit richtig Bock ins Training gehst und wenn du dich die ganze Woche auf deine zwei Sätze Stiff-Leg-Deads gefreut hast, ist, denke ich, die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du hier schneller Progress machst, als wenn du fünf super optimierte Übungen in deinem Plan hast, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Ich würde auch, oder nicht, ich würde, sondern ich frage jetzt zum Beispiel auch jeden Athleten am Start, welche Übungen auf jeden Fall und welche Übungen auf keinen Fall. Und wenn der mir sagt, pass auf, ich will in meinem Trainingsplan Kniebeugen, Langhandelbank drücken, Regular Deadlifts und Stiff-Leg-Deadlifts drin haben, dann machen wir das auch. Dann muss ich mir vielleicht ein paar Gedanken ums Programming machen und da ist vielleicht da auch so als Abschlussbeispiel, also ich denke eben, es wäre mal interessant zu sehen, zwei Jordan Peters, einer Ballert Stiff-Legs, einer ist auf der aufgelegten Tiber und das fünf Jahre lang, wäre interessant. Man muss halt eben einfach nur gucken, wenn man es macht und ich rede jetzt wirklich vom fortgeschrittenen Athleten, der hart und intensiv trainieren kann, dann ist zum Beispiel für den Dominik der Density-Day-Day, den er vom Jordan Peters übernommen hat, quasi der Regenerationskiller in seiner Woche gewesen. Quasi an einem Tag die Stiff-Legs, die Pendlay-Rolls, die Pendlay-Rolls, die dann auch im Prinzip die gesamte hintere Kette wegballern halt. Ich verstehe, dass das geil ist. Gar keine Frage. Aber wenn du mit einer hohen Intensität trainierst, dann hast du auch jede Menge Regenerationsbedürfnisse, die du dafür brauchst und irgendwas muss höchstwahrscheinlich dann den Preis dafür bezahlen. Und da kommen wir auch noch zu, da geht es nicht darum, so wenig wie möglich zu machen, aber man muss sich einfach nur dessen bewusst sein in seinem Programming, dass das einfach nur einen anderen Kostenfaktor hat. Das macht es nicht schlechter. Und wie du sagst, Bodybuilder haben schon 100 Sachen rausgefunden, bevor sie die Wissenschaft rausgefunden hat. Und erstens das, zweitens Funfaktor im Training, unabdingbar bin ich voll bei dir. Yes, das ist eine Sache, die darf man finde ich nicht vergessen. Um dabei zu bleiben, jetzt haben wir quasi kurz das Thema Übungsauswahl angesprochen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Daran anschließend ist das Thema Reihenfolge der Übung, also der Aufbau der einzelnen Trainingseinheiten. Ich finde, da gibt es auch sehr viele Dinge, die Leute vielleicht intuitiv richtig machen, gar nicht wissen, warum sie es machen. Es gibt auch viele Leute, die meiner Meinung nach Schwachsinn machen. Ich versuche es, meinen Athleten immer sehr simpel runterzubrechen. Versuche die, also angenommen, wir haben schon eine gute Auswahl an Übungen, versuche die in deinem Training so anzuordnen, dass du quasi aufs Training gesehen den meisten Output bei allen Übungen leisten kannst. Das leuchtet ein. Du willst logischerweise das meistmögliche Gewicht mit den meisten Wiederholungen bei allen Übungen versuchen. Die Frage ist, wie genau stellt man das an? Der eine hat das natürlich gut im Gefühl, der andere nicht. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf das Thema Shortened Range und Stretch zur Sprache. Muskelversagen findet bei, oder die Erschöpfung eines Muskels findet in unterschiedlichen Stufen statt. Wie ordnest du deine Übungen im Training an? Also ich sage es mal so, wenn es, wenn das, wenn die Übungsauswahl und die Priorität der Muskelgruppen an dem Tag ist erlaubt, dann würde ich immer versuchen quasi eben von Short to Mid to Long Range zu gehen. Also erstmal quasi die Übungen in der Kontraktion zu machen. Im Prinzip der Schadensmechanismus, den ich ganz am Anfang beschrieben habe bezüglich Cripsal Reserve, da gilt auch eben im Prinzip, dass ich deutlich weniger Muskelschaden in der Kontraktion erzeuge, deutlich mehr im Stretch. Also vielleicht mal bildliches Beispiel, ich habe eine Hammer Strength Incline und ich mache noch dahinterher eine Schrägbank Multipresse. So, wenn ich die Schrägbank Multipresse zuerst mache, würde es mich mehr an der Hammer Incline kosten als andersrum. Und dementsprechend ist das sowas, was man eben berücksichtigen kann. Ich hake da nochmal einmal kurz ein, ich habe es begriffen, ich bin mir nicht sicher, ob es jeder unserer Zuschauer begriffen hat. Der Grund, warum man sich weniger Leistung klaut, wenn man die Hammer Incline Press zuerst macht, ist der, dass sie, jeder, der da schon mal dran saß, die ist asozial schwer in der Kontraktion und relativ leicht unten raus. Das hat zur Folge, dass das Muskelversagen auch in der Regel in der Kontraktion stattfindet. Ihr könntet dann theoretisch mit der halben Range of Motion wahrscheinlich noch zehn Wiederholungen hinterher wippen und in der Incline, in der Multipresse oder egal eigentlich, welche selbst kurzernte Schrägbank hätte, hätte dasselbe Widerstandsprofil. Es ist einfach so, dass der Hebel, den ihr habt, wenn ihr hier unten seid, ist der, jetzt musst du mich gleich korrigieren, ob das der Lastarm ist, ja? Ja, das ist der Lastarm, ja, genau, ja. Ja, genau. Der ist hier unten einfach, also quasi, genau, also im Prinzip, wenn du jetzt einfach nur guckst, ist es einfach nur, natürlich die Multipresse oder die Kurzerle, die wiegt immer gleich viel, aber es rotiert hier auch im Schultergelenk. Im Prinzip ist es einfach nur Schwerkraft. Das heißt, hier liegt die Kurzerle gerade auf dem Schultergelenk drauf, hier ist sie maximal weit vom Schultergelenk entfernt. Yes. Und das muss dann im Brust halten. Deswegen ist sie da unten aus dem Körper. Genau. Hier unten ist der Muskel quasi in der maximalen Stretch, das ist der Muskel am längsten und hier ist die Übung auch am schwersten und die wird dann progressiv nach oben hin leichter, je dichter der Oberarm quasi an die Brust. Ja. Abduziert? Wahrscheinlich abduziert, ja. Vermutete das, ich weiß es nicht. Nee, aber ich sag mal, man kann das, also man kann das berücksichtigen. Es gibt da in meinen Augen auch immer Gründe, dass man mal davon abweichen kann, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir hatten jetzt zum Beispiel auch bei Dominik am Anfang eben so eine Hammerpress am Anfang und dann eben eine andere Drückvariante, die eben unten am schwersten ist. Genau das, was wir gerade beschrieben haben halt. Dann hat er gesagt, die Schulter fängt langsam an zu zwicken, so in der Hammerpresse. Und das ist auch was, wo ich immer sage, sobald du auch nur irgendwas merkst und sich nicht richtig anfühlt, schmeiß es raus, bevor irgendwie zwei Wochen später größere Scheiße passiert. Und haben wir auch gesagt, gut, okay, Studioauswahl ist begrenzter jetzt halt. Wir machen eine fliegende Bewegung. Auch ein super wichtiger Faktor. Nicht jeder hat gute Maschinen zur Auswahl. Ja, genau das. Und da muss man halt eben gucken. Kann auch sein, dass du halt eben einfach nur hier Flachbankkurz oder Schrägbankmultipress zur Auswahl hast. Und dann denkst du nicht drüber nach. Dann hast du halt zweimal gedehnte Positionen. So what? Aber was wir halt dann gesagt haben, gut, okay, eine Flyvariante ist eigentlich die beste Alternative, die wir jetzt haben. Und dann habe ich halt eben einfach nur gesagt, hey, bitte lass diese hinteren 20, 25 Prozent der Range of Motion raus, dass wir eben nicht die Brust in der ersten Übung gleich wegstretchen sozusagen halt, sondern einfach nur von hier aus hierhin arbeiten. und ich sage es mal, das ist auch irgendwann, können wir später den Bogen machen zu diesem ganzen Stretch-Medity-Hypertrophy-Ding, aber das ist nochmal ein eigenes Thema dann. Lass uns mal ganz kurz beim Brusttraining bleiben. Da werden sich wahrscheinlich viele Leute wiedererkennen. Mich eingeschlossen vor ein paar Jahren war so mein Grundgedanke, Winkel, Winkel, Winkel. Also, wenn ich einen Muskel maximal erschöpfen möchte, ja, dann ist es, du erkennst dich wahrscheinlich auch selber vor ein paar Jahren noch wieder. Habe ich gedacht so, ich brauche eine gerade, ich brauche eine gerade Druckvariante, ich brauche eine Incline und am besten noch eine Decline-Variante und eine fliegende Variante. Das ist auch prinzipiell nicht verkehrt, wenn man die verschiedenen Faser-Anteile mehr belasten möchte. Nichtsdestotrotz, was der viel wichtigere Faktor ist, da sich ein Muskel eigentlich immer im Ganzen kontrolliert, also man hat egal in welchem Winkel eigentlich fast immer eine volle Aktivierung in der Brust. Vorher ist es wichtig, dass man quasi die Widerstandsprofile der Übungen matcht, um halt über die verschiedenen Übungen vernünftige Kraft aufrecht zu erhalten und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, seine Übungsauswahl so anzupassen, dass man dann auch noch alle Winkel abgedeckt hat. Kann man das machen, ja. Das ist halt wichtig, weil ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich würde jederzeit auch zum Beispiel ein kurzer, also mal zu meinem Standard hier am liebsten Maschinen, ich würde jederzeit, wenn ich mich entscheiden müsste, ein kurzer Schreppang drücken über eine Hammer-Incline-Press bevorzugen, wenn ich mich zwischen den beiden nur entscheiden könnte, weil die Hammer-Incline-Press halt schon zu einem großen Teil eine Schulter- und Trizepsübung ist, weil sie eben erst oben im Lockout so, sagt, schwer wird. Deswegen ist es da auch ganz viel Kontext abhängig und ich glaube, das ist auch immer das Wichtige. Das, was ich jetzt so beschreibe, ist auch nie ein Schwarz-Weiß-Rezept, wo ich jetzt sage, das sagt jetzt die Science auf dem Paper und das ist, was ich jetzt aufschreibe. Es gibt einem Richtlinien. Es gibt einem Richtlinien und Orientierungen für sinnvolle und nicht sinnvolle Entscheidungen und wenn eine nicht sinnvolle Entscheidung einen Athlet mit mehr Bock ins Training gehen lässt, ist das immer noch mehr wert. Also es ist immer wahnsinnig wichtig, dass jetzt auch alle, die zuhören, das so ein bisschen differenziert zu betrachten, das kurzer Zwischeneinschub vielleicht, aber mir ist es immer wichtig, weil viele machen den immer schnell dicht. So wahrscheinlich schon, viele haben schon wahrscheinlich gedacht, dann bei meiner ersten Ausführung noch zwei Minuten dicht gemacht und mir sagst du, ah, der passt. Und das Wichtige ist halt eben einfach nur, nehmt das mit, was sinnvoll klingt und probiert es einfach mal aus, ob es denn funktioniert. Und selbst wenn du eine Rap in Reserve machst, sagst, hey, hat funktioniert, ich habe keine Leistung verloren, bringt mir aber keinen Spaß. Ist vollkommen in Ordnung. Aber sich Gedanken darum zu machen, dass wir eben wegkommen und da bist du ja auch schon genau in dem Gedanken schon lange unterwegs, zu sagen, es geht darum, man kann Sachen besser machen und man sollt sich nicht im Prinzip so, wie die Pest dagegen streben, so wenn ich teilweise was auf Instagram poste und dann kommt die gesamte Oldschool-Garde und rastet aus und ich denke mir so, hey, ist doch in Ordnung. Ich habe nicht gesagt, dass du jetzt irgendwie dein Leben lang Scheiße gemacht hast und dass dein Körper per Zufall entstanden ist. Hast hart dafür gearbeitet, hast eben eventuell deine harten Basics einfach gemacht, aber mal nachdenken, ob man vielleicht ein bisschen Feintuning reinbringen kann, ist durchaus sinnvoll, auf allen Ebenen. Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, weil die Leute werden immer aus den Löchern gekrochen kommen. XY hat aber das und das gemacht und sieht so und so aus. Ich kann jetzt aus zehn Jahren Erfahrung als Coach mit inzwischen Weltklasse-Athleten sagen, ihr würdet euch wundern, mit was für einer Scheiße Leute teilweise ihren Körper aufgebaut haben. Und jetzt muss man auch dazu sagen, das bedeutet nicht, dass die wahnsinnig viel besser ausgesehen hätten, wenn sie es vielleicht optimiert hätten, weil Genetik ist wirklich ein sehr unfair verteilter Faktor in diesem Sport. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn man die Evidence hat und man hat die Möglichkeiten, sein Training zu optimieren und es dann nicht macht, diesen Spaßfaktor vielleicht mal abgesehen, ist es halt einfach nur blöd. Also wenn man weiß, dass etwas nicht optimal ist und es macht einem auch nicht mehr Spaß, wenn dieser Faktor wegfällt und du machst es trotzdem, ja dann viel Spaß, wenn du keine optimalen Resultate haben willst. Genau so ist es. Und ich meine, das ist halt eben auch der Punkt und deswegen bin ich da auch, weißt du so, die ersten Folgen und deswegen sind auch einige von diesen ersten Folgen, als ich damals gesehen habe, ist es wahrscheinlich so ein bisschen weniger angespitzt gewesen, weil ich auch bis so ein bisschen langsamer in der Öffentlichkeit versuche das Ganze so ein bisschen differenzierter zu formulieren halt, wo ich inzwischen diese Themen auch ein bisschen aggressiver reindrücke, weil ich sehe es. Ich sehe es, ich schreibe Leuten, wie gesagt, der Funfaktor ist vorher anhand von Feedback eben priorisiert, was brauchst du, um Fun zu haben. Ich schreibe den Plan, nach einer Woche kriege ich das erste Feedback, nach zwei Wochen kommt die erste Progressionsrunde und es läuft wie am Schnürchen und je präziser der Athlet ist, umso mehr macht sich es einfach sofort bezahlt. Und dann denke ich mir, gut, okay, alles klar, weißt du, das ist ja auch für mich wichtig, nicht irgendwie dieser Theory-Guide zu sein, der dann irgendwas erzählt und im Endeffekt kommt eben nichts bei raus. Davon haben wir jetzt genug. Davon haben wir genug und deswegen ist Science-Base ja so in den Dreck gezogen worden, weil diese 60-Kilo-Kläuschen, die nichts anderes können, als eben Texte vorlesen oder in ihrem Reel, sorry to say, zum Beispiel eben auch ein Browser, der selbst ein Top-Athlet ist, aber da Bullshit erzählt, aber drei Grafiken aus einer Studie in einem Reel einblendet. Genau das hat ja im Prinzip diese theoretischen Ansätze eben in den Dreck gezogen. Und das ist schade drum. Es ist schade drum, weil es uns helfen kann. Ich muss dazu auch was sagen. Wir haben kurz vorher drüber geredet, dass wir also in vielen Dingen dieselben Ansätze verfolgen und es meiner Meinung nach auch in vielen Dingen gar nicht die Berechtigung für andere Ansätze gibt, weil es ist in vielen Dingen ist es schwarz und weiß. Ich finde, ich finde, der am meisten vergewaltigste Satz oder Motto im Bodybuilding ist so, du musst rausfinden, was für dich funktioniert. Fuck. Das ist, also, da kann ich auch inzwischen aus Erfahrung sprechen und auch mit Logik sprechen. Wir sind, wir sind alle ziemlich fucking gleich gebaut. Ja, der eine hat vielleicht ein bisschen andere Hebelverhältnisse, aber die, die grundlegenden Prozesse, die in unserem Körper stattfinden, sind bei uns allen genau dieselben und das, was Person A funktioniert, funktioniert auch zu 99 Prozent bei Person B. So, wenn man den, den Kontext richtig setzt und das, das gilt übrigens nicht nur für Training, das gilt auch für Erdährung, für PEDs, für Regeneration, das gilt eigentlich für alles. Wir sind nicht so unterschiedlich, wie die Leute das immer darstellen wollen. Genau, und das muss man ja auch mal wichtig unterscheiden, also, ich meine, das ist auch mal so, die Studien werden ja nicht an Bodybuilding durchgeführt. Beschäftig dich mal mit den Studien, was sind denn die grundlegenden Erkenntnisse, die aus diesen Studien rauskommen halt und willst mir jetzt erzählen, dass ich grundlegende physiologische Prozesse, also, jetzt mal ein Ding, was ich davon erwähnt habe, der Muskel braucht Calcium-Ionen, um eine Kontraktion herzustellen. Glaubst du, die sind jetzt bei dir ganz anders und deswegen funktioniert es bei dir ganz anders? Nee, aber was, was passieren kann und da muss man sagen, das ist halt eben die, die sich die Leute nicht eingestehen wollen. Ich hatte es mit dem Scott Stevenson davon, der Jahrzehnte, und auch noch privat mit jemandem, der auch quasi gerade da in dem Thema promoviert. Du hast halt zum Beispiel Leute, die können wortwörtlich fast keinen Muskelschaden erleiden. So, und die können sich die Fresse einschlagen und die werden mit relativ wenig Problemen regenerieren, während wer anders eben eine Woche lang sich nicht richtig hinsetzen kann nach dem Beintraining. Du hast Leute, die haben 300.000 Muskelfasern auf dem Quadratzentimeter und Leute, die haben 900.000 Muskelfasern auf dem Quadratzentimeter. Da kannst du optimal trainieren, wie du willst. Der andere Typ geht einmal die Woche ins Gym und zieht dich ab. Während du doch Stoff nimmst. So, das ist halt eben einfach so. Ja, aber die grundlegenden Prozesse, die stattfinden, genau, genau, aber die grundlegenden Prozesse, die sind halt dieselben. Jetzt kommen wir kurz, ich finde, das ist ein super Punkt, weil jetzt kommen wir nämlich auf das Thema Regeneration. Zwei Punkte. A, wie finden wir das tatsächlich effektive Volumen pro Einheit oder das Wochenvolumen für einen Athleten für einen Athleten und dahin gehen, wie gestaltest du Trainingssplits, weil das ist tatsächlich ein Punkt, der gar nicht so einfach ist, weil man kann, man kann relativ gute Fortschritte erzielen mit sogar deutlich weniger Volumen, als man vielleicht effektiv wegregenerieren könnte. Ich bin dafür das beste Beispiel. Ich trainiere gefühlt einmal die Woche, heißt, ich habe wirklich elendig lange zwischen meinen Sessions Zeit, habe seit drei Jahren quasi keinen Stoff genommen und mache teilweise immer noch Progress in einigen Übungen und ich bin ehrlich, ich mache, keine Ahnung, heute habe ich ein Brusttraining gehabt, das waren vier Sätze und ich weiß genau, nächste Woche skippe ich das wahrscheinlich wieder, weil irgendwas dazwischen kommt und in zwei Wochen werde ich die Übung wieder machen und ich werde wahrscheinlich stärker sein. Das heißt, ich undershoote mein effektives Volumen extrem, mache aber trotzdem Progress. Genauso ist es auch in die andere Richtung. Sagen wir, das liegt vielleicht bei acht Sätzen ins Muskelversagen oder nah dran und ich habe jetzt in dem Training halt aber zwölf, dreizehn, vierzehn Sätze gemacht und habe vielleicht zwei Tage länger regeneriert und mache im nächsten Training mache ich trotzdem Progress. Also dieses tatsächlich effektive Volumen zu finden, ist, finde ich, gar nicht so einfach. Wie machst du das? Nee. Also ich bin, ich würde immer eher auf die konservative Seite gehen. Also wenn jetzt jemand eine schwarz und weiß Antwort haben möchte, wäre es für mich die, also ich mit dem maximal regenerierbaren Volumen halt. Dafür musst du aber auch wieder, auch dafür musst du eigentlich ein Jordan Peters sein, einfach nur im Sinne von, wie akkurat bist du? Schläfst du jede Nacht exakt deine mindestens acht Stunden, sitzen deine Makros jeden Tag, sind deine PEDs jeden Tag, ist alles jeden Tag genau on point? Und dann könnte man sagen, du kannst dein Volumen pro Muskelgruppe und Woche so lange erhöhen, bis deine Progression stagniert. Sodass du absolut sicher sein kannst, dass du nur durch mehr Volumen jetzt an die Grenze deiner Regenerationskapazitäten gekommen bist. Aber auch da wieder, okay, nur weil du Progress machst, weißt du ja noch nicht, hättest du vielleicht mehr Progress gemacht. Also es ist nicht so einfach. Genau. Und das ist zum Beispiel, da geht es ja auch noch los, hast du dir den Trainingsplan gerade erst geschrieben? Hast du noch Anpassungen durch koordinative Effekte, durch andere Effizienzsteigerungen? Wir haben, wie gesagt, Progression ist nicht immer einfach nur Muskelwachstum. Progression in einem Trainingsplan, dass man immer jetzt schon wirklich über, wenn du nach zwei Monaten in einem Trainingsplan mit guter Ausführung immer noch Progression erzielt hast. Das ist ein sehr, sehr guter Indikator für Muskelwachstum. Nach zwei Wochen ist es das nicht. Weil da erzielt jeder Progression. Auch in der tiefsten Diät. Kannst du ja drei Weeks out einen neuen Trainingsplan schreiben, machst bis zum Wettkampf Progression. Das ist, das zählt einfach nicht. Und von daher gehe ich sehr konservativ dran. Ich muss sagen, das ist jetzt auch ein bisschen, ich finde mich selbst gerade im Moment zu sagen fast kontrovers. Also ich würde im Moment, also ich splitte eigentlich, wenn nicht der Wunsch besteht, auch hier wieder Präferenz, aber wenn nicht der Wunsch besteht, splitte ich eh nicht mehr höher als Push-Pull-Lex und würde im Moment oder fange im Moment sogar fast dazu an zu neigen, mit Upper-Lower-Splits zu gehen. Für mich ist einfach der Gedanke, der also erstmal ganz Körper fällt für mich außerhalb von einem Anfänger weg, weil es einfach sehr, sehr schwer vom Programming ist, das zu regenerieren. Jetzt denkt man gut, okay Upper-Lower ist es auch nicht so viel weniger, aber der Punkt ist der und ich sage es mal, da im Moment würde ich sagen, ist die Mehrheit von meinen Leuten eher noch in eine Push-Pull-Lex-Richtung oder ich implementiere mal quasi in fünf Tagen die Woche Push-Pull-Lex-frei, Upper-Lower-frei. Das ist so mein Konzept im Moment. Ich selbst teste jetzt bei mir und bei ein, zwei Leuten jetzt erstmal verschiedene Upper-Lower-Konzepte. Wenn du Push-Pull-Lex-Programmst, wie, auf was für einen Zeitraum in der Regel? In den meisten Fällen Push-Pull-Frei-Lex-Frei. Das wäre so ein bisschen... Und dann wieder von vorne, also dass du fünf Tage zwischen den Zwischens hast? Genau. Also ich sage, ich habe jetzt für mich selbst Push-Pull-Lex-Frei-Repeat gemacht eine ganze Zeit lang, aber dafür eben auch ein Volumen, das dann dementsprechend tief ist, was vielen wahrscheinlich auch schon wieder vom Spaßfaktor wehtun würde. Und das Wichtige ist halt eben auch immer, deswegen wie jetzt mit diesem Upper-Lower, ich teile jetzt einfach mal so meine aktuelle Gedankenwelt. Ich bin da immer und da muss ich eben als Athlet im Zweifel drunter leiden. Bis jetzt ist es Gott sei Dank eigentlich immer gut ausgegangen. Aber was ich aufschreibe, will ich erstmal zwei, drei, vier Monate getestet haben. Ich erachte es theoretisch für sinnvoll. Ich gehe damit in die Praxis. Ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie hier ein Pro-Card-Anwetter-Sonstwas bin, aber zumindest ein gut fortgeschrittener Amateur, der seinen Körper sehr lange kennt und auch eine gute Leistung hat und gucke eben, bestätigt sich das, was ich aufgrund von der Theorie erwarten würde, wenn ich das im Training umsetze. Und ich sage mal, der Gedanke dahinter ist eigentlich der, da wurde jetzt ja auch wieder oft gesagt, es ist egal, also bei gleichem, wöchentlichem Volumen ist es egal, wenn du Muskel quasi mit einmal sechs Sätzen trainierst oder mit dreimal zwei Sätzen. Das sind aber auch oftmals Studien, wo du dir eben diese, wir kommen wieder zum Thema Genetik, wo du halt eben die Leute hast, die die sechs Sätze auf einmal weg generieren sozusagen und die anderen, die eben nicht hinterher kommen und es ist einfach nur, letztendlich ist es erstmal nur ein Durchschnittswert. Und das, rein logisch würde ich sagen, also der Theorie nach müsste ein Ganzkörperplan eigentlich am effektivsten sein, wenn man sagen, du kannst ja ganz Körper A, B, C, D aufteilen, weil wir die wenigsten Sätze pro Muskel, pro Trainingseinheit haben und somit auf die Woche gesehen quasi mehr Leistung pro Muskel insgesamt. abrufen würden. Theoretisch ja. Also ich will es jetzt nicht zu, ich will es jetzt nicht wieder zu technisch machen, weil wer jetzt schon eine Stunde zuhört, hat schon da viel Influidung bekommen. Es geht im Prinzip darum, was habe ich für Ermüdungsmechanismen und wie lange dauern die nach dem Training an? Und das geht eben von, ich sage es mal peripher, also im Prinzip die Ermüdung der Wirbelsäule, dein Signal zu transferieren, was 20 Sekunden nach dem Satz weg ist, die Stoffwechselprodukte, die drei Minuten weg sind und dann eben verschiedene Entzündungsprozesse, die je nach Trainingsintensität ausgelöst werden, die irgendwo 24 bis 48 Stunden dauern können. Und du wirst eben im Prinzip mit dem Ganzkörpertraining immer einen Übertrag haben, dass du diese Ermüdung nicht ganz wegregeneriert bekommst. Also das ist das eine. Und das andere ist, was man durchaus, wir reden hier wieder von Durchschnitten, vom Durchschnittsmensch, du weißt nicht, wie sie trainiert haben, aber es ist durchaus eine Erkenntnis, die man so ein bisschen aus der Literatur inzwischen mitnehmen kann, dass man so roundabout, das ist wie Effective Raps Theory, es ist eine Annäherung, keine harte Aussage. Um den Hypertrophiereiz von einem Satz zu verdoppeln, brauchen wir ungefähr fünf bis sechs Sätze. So, also quasi 600% mehr machen, 200% mehr bekommen. Und wenn ich der Logik folge, dann sollte eine höhere Frequenz, die aber auch nur so hoch ist, dass die Ermüdung wieder abgeflacht ist, potenziell besser sein. Und das braucht natürlich sehr viel feinteiliges Programming und das führt auch teilweise zu einem Programming, wo wirklich dann Effizienz über Spaß steht. Mir selbst macht es Spaß, sowas auszuprobieren, so einen Weg zu gehen. Aber grundsätzlich denke ich, schon, wenn ich einen effektiven Reiz öfters setzen kann, dann kann das vielversprechend sein. Aber das ist für mich jetzt so wirklich in der Experimentierphase, deswegen habe ich es auch zum Beispiel bei dem Dominik, würde ich es jetzt im Leben nicht machen, weil ich weiß, was funktioniert. Und wenn das andere jetzt noch zwei, drei Prozent potenziell besser funktioniert, werde ich es ganz bestimmt nicht in seiner ersten Profisaison bei ihm mal ausprobieren, um mal zu gucken, wie der denn so darauf reagiert halt. Dann fahre ich eben lieber ein bewährtes, ein etwas konservativeres Konzept. Guck mal, ich habe sehr lange den Großteil meiner Athleten Push-Bowl-Beine trainieren lassen. Das hat offensichtlich gut funktioniert. Prinzipiell kann man sagen, fast alle Trainingssplits können funktionieren, wenn man quasi das Volumen matcht auf die Gesamtzeit gesehen. Ich habe tatsächlich den Großteil meiner Athleten inzwischen auf Vierer-Splits oder sogar Fünfer-Splits aus einem ganz entscheidenden Faktor. Und zwar ist der, dass bei niedrigeren Splits die Trainingsdauer oftmals einfach länger wird. Die Sessions werden länger. Ich habe gerne deutlich kürzere Sessions, habe lieber einen Pausentag, weniger in der Woche, habe die Leute aber nicht drei Stunden trainieren. Ich habe früher mal eine ganze Zeit lang, wo ich mit Tobi zusammen trainiert habe, da waren Leg Days immer zusammen, Weinbeuger, Gluteos, Quarz, dann waren da noch Waden mit dran und dann haben wir teilweise dreieinhalb Stunden trainiert. Keine Sau trainiert, effektiv dreieinhalb Stunden. Und dadurch, dass ich relativ viel fortgeschrittenen Athleten habe, kommt halt auch sehr viel Kleinscheiß mit dazu. Der durchschnittliche Pumper, der muss nicht so einen Fokus auf seine hintere Schulter legen, der muss auch vielleicht seinen Waden nicht so einen Fokus geben, etc. Dass mir oftmals die Trainingseinheiten sonst einfach zu lang werden. Aus dem Grund habe ich die Frequenz, in der die Muskeln getroffen werden, bleibt fast dieselbe, dadurch, dass vielleicht ein Pausentag wegfällt. Aber die Aufteilung gefällt mir bei vielen Athleten besser. Und wir reden hier auch wirklich davon eben, wenn man Athleten hat, die auf einem hohen Level ausführen, dann ist es hier im Prinzip eine, ich sage es bei wahrscheinlich auch, ich möchte nicht sagen Haarspalterei, sondern im Prinzip, wir reden da wirklich von den allerletzten Prozent und im Prinzip davon, dass ich versuche herauszufinden, ob man da vielleicht noch zwei, drei Prozent mehr rausholen kann oder nicht. Grundsätzlich wird das, das wird nicht, das wird niemals das Make-or-Break eines Athleten sein. Es können ein paar wertvolle Stellschrauben sein, aber niemals und das ist eben das Wichtige in diesen ganzen Konzepten und das versuche ich auch immer wieder zu sagen. Die Summe von solchen Anpassungen, wenn du jetzt einen High-Volume-Guy bist, der irgendwie eben hier auf Fünfer-Split fährt und 25 Sätze pro Einheit, dann wird das einschlagen wie eine Bombe, aber das gilt für alles, was wir hier zusammen besprechen, nicht nur für meine spezifischen Aussagen. Andersrum, für jemanden, der jetzt schon sehr fortgeschritten ist, wird das sehr viel feinteiliger sein und für mich ist es halt eben auch wieder eine Frage der Übungsauswahl zum Beispiel. Machst du jetzt, also ich sag mal, das Volumen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt Push-Pull-Legs, Pause-Repeat gemacht, dann ist zum Beispiel ein Leg der gewesen, zwei Beuger, zwei Strecker, zwei Adduktor, ein Pendulum und dann vielleicht noch irgendwo ein Glutein-Race oder ein Hyper-Extension. Also wir reden da dann irgendwo von acht bis zehn Sätzen pro Einheit. Ist aber, muss man sagen, ist bei fortgeschrittenen Athleten, die vernünftig stark sind, unter Umständen auch schon ein ätzend langes Training. Kann passieren. Ein paar Sätze und so mitzählt, die Pausenzeiten bei Compound, also nicht bei Compound-Übungen, aber bei einer Hackenspit, bei einer Pendulum, bis die Atmung und so wieder passt. Also so ein Training kann dann schon mal zwei Stunden dauern. Ich hätte jetzt mal gedacht, so zwei Stunden wäre dann so ein bisschen die Obergrenze, aber das kann passieren, ja und deswegen, und da reden wir auch wieder einfach von Präferenzen, sage ich mal. Also ich hätte jetzt auch, also ich denke, es wird immer auch eine Individualität sein. Ich würde sagen, jetzt gerade einen moderat fortgeschrittenen Amateur, der wollte unbedingt einen Fünfer-Split haben und wie schon vorher gesagt, wenn man sagt, hey, der Fünfer-Split und an den Trainingstagen, okay, alles klar, dann versuche ich meine Prinzipien und meine Gedanken bestmöglichkeiten im Fünfer-Split zu verarbeiten. Und dann kam so ein bisschen Feedback wegen Regeneration etc. Und dann habe ich da quasi einen Push-Pull-Lex-Upper-Lower draus gemacht und das Ding ist durch die Decke gegangen. Und kann natürlich auch sein, dass ich einen schlechten Fünfer-Split geschrieben habe. Also wie gesagt, ich möchte gar nicht sagen, dass da immer die Weisheit mit Löffeln gefressen wurde. Aber zumindest kann ich sagen, dass im Prinzip das, was ich mir aus meinen Anpassungen erwarte, auch in der Realität normalerweise mit guten Resultaten eintritt. Was nicht heißt, dass eben eine andere Planung nicht auch eben zu verbesserten Resultaten führen kann im Vergleich zum Ausgangspunkt. Und das ist halt eben so das Wichtige. Und ich glaube auch das, was ich eben mitgebe, nicht da, ich sage es mal, na klar ist es jetzt vielleicht dann irgendwie ein USP zu sagen, hey, ich bin da irgendwo tief in den Themen drin halten, kann dir wirklich ein Warum geben, wie es wahrscheinlich jetzt viele andere nicht können. Aber das alles ersetzt nicht harte, konstante Arbeit und Disziplin über Jahre. Und wer jetzt glaubt, dass das irgendwie irgendwas anderes ersetzt, ich hatte es jetzt gerade mit einem drüber, der dann gesagt hat, ich habe so ein bisschen einen mentalen Struggle, ich kann die Multipresse nicht jeden Tag drei Grad genau gleich einstellen. Aber Ernährung liegt brach. Und dann habe ich halt eben auch gesagt so, du, krieg mal deine Prioritäten richtig hin. Und wie gesagt, deswegen, es soll eigentlich vor allem nur, glaube ich, so der Gedankenanstoß sein, wenn jemand von heute einfach nur so mitnimmt, zu sagen, man kann mehr aus seinem Training rausholen, wenn man sich Gedanken macht. Das heißt nicht, dass es genau dieses Schema-If ist und ich glaube, in allen Bereichen, ich glaube, es gilt auch für Pidis und alles andere, Leute, die sagen genau das, genau das nicht, genau schwarz und weiß, da würde ich sowieso immer weit weg rennen. Ich finde, das war ein sehr schönes Abschlusswort für heute. Ich habe tatsächlich noch eine ellenlos lange Liste an Themen, die ich hier nochmal aufgreifen würde. An dieser Stelle, ich würde dich sehr gerne für eine zweite Episode einladen, wenn du dazu Lust hast, weil ich habe wirklich noch einen Haufen Themen, die wir im Detail besprechen können. An dieser Stelle trotzdem schon mal ein riesengroßes Dankeschön, dass du heute mal ein bisschen Licht ins Chaos gebracht hast. Ich hoffe, das war für unsere Zuschauer verständlich. Ich hoffe, meine simple Umschreibungen wurden von Fabi Gut aufgefüllt. Und ja, in diesem Sinne, wo können die Leute dich, wo finden die Leute dich, auf welchen Social-Media-Plattformen, wo kann man dich unterstützen? Also, man findet mich Instagram FH91 underscore Coaching. Natürlich findet man mich bei Ganykus. Wer sich für ein bisschen mehr dafür interessiert, es gibt inzwischen auch in der Ganykus Progress-Videoreihe jede Menge Ausführungen dazu, wie ich das Ganze handhabe. Ansonsten, im Prinzip, Support immer gerne. Für mich ist es auch die Startphase, jetzt hier nochmal richtig Gas zu geben. Code Fabian im Ganykus Shop. Natürlich auch für mein eigenes Coaching. Im Prinzip, wir haben mit dem Ganykus Coaching einen Lifestyle für jedermann da, wer jetzt wirklich sagt, ich will mein Training optimieren, ich will da alles rausholen. Egal, ob es ein spezifisches Trainingscoaching oder was ganzheitlich ist, einfach eine DM schreiben. Also, ich bin für alles offen und vor allem freue ich mich einfach nur über die Gelegenheiten wie hier. Das möchte ich immer wieder sagen, so ist mir das Wichtigste, zusammen Trainingskultur in Deutschland zu etablieren. Das ist das, was mir eigentlich die wichtigste Message ist. Und wenn wir das zusammen schaffen, dann ist es das Allerwichtigste. Ich finde, Training ist auch tatsächlich der wichtigste Faktor im Bodybuilding. Ernährung zu nailen ist relativ leicht. Sich eine Spritze in den Arsch zu jagen, das kriegt auch jeder hin. Und seine acht Stunden zu schlafen, das sollte man auch auf die Reihe kriegen. Das, wo bei fast allen Athleten das größte Verbesserungspotenzial herrscht, selbst bei extrem weit fortgeschrittenen Athleten, ist meiner Meinung nach immer das Training. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst ein bisschen lieber in den Kommentaren da. Vielleicht auch, wenn ihr Fragen an Fabi habt für die nächste Episode, haut es unten in die Tasten. Und in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Danke, ciao. Sehr schön. Vielen Dank.